Halt mal eine Rede Fritz jetzt. Ja was soll er jetzt der Rede halten? Willst du was hören über Dachstieg oder soll er was über die Jacht erzählen? Über die Jacht, ja. Über das schöne Wetter heute. Über das schöne Wetter heute. Also lieber Herr Nachbar, ich darf dich erst einmal recht herzlich hier begrüßen. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass du hier gekommen bist. Du hast bestimmt noch guten Rat zum Wettergott, sprich dem Petrus. Und also ich hoffe, dass du das Gebiet mit eingeschlossen hast vom Fotograf rein, dass der Petrus heute unser Wetter beschert. Danke Herr Öffmann. Zwei Bratwurst, drei Stechen. Ja, weil der Karakter ist. Zwei Bratwurst kannst du kommen. Ja, ja. Zwei Stechen, ne? Drei Stechen und zwei Bratwurst. Jetzt schmeiß ich mal hinten ein paar Dinger drauf, ein paar Stechen. Ich fühle mich einfach mal vier. Ja, ich fühle mich nicht. Ah, ich fühle mich ja. Und dann, also, ich fühle mich nicht. Über die GmbH zu haben. Komm, komm. Ich fühle mich nicht. Ich fühle dich aber eroweit rein. Geh dich, ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht. Oh, was weiß ich nicht. Jetzt aber ich fühle mich nicht. Oh, ich bin ruhig, ich fühle mich nicht. Musik Das ist die Jungfischerbrigade Das ist die Jungfischerbrigade Das ist die Jungfischerbrigade Musik 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 Wenn er nach hinten ins Haus sagt, ist es gut. Nein, wir nicht. Warte... Ich mach den Film über das Fischermadler. Aber normalerweise sind wir jetzt ein Fischermadler mittenüber, oder? Nein, ich gehe jetzt vor Ort. Der ist schlecht, ich bin jäger mit meiner Frau. Der ist ja süß dabei, oder? Ist der andere dabei? Haben wir sechs Rundfälle? Jede Bromwolle von dir? Nein, nein, nein. Ich will fressen. Ein paar Bromwolle. Okay, ich halte es einmal. Das ist doch die kleine. Hast du wohl. Das ist eine kleine für dich. Nein? Ja. Warte mal, ich muss noch mal rein. Ich will doch mal was drauflegen, ich habe es nicht. Na, weh! Immer den Geist. Immer den Geist. Immer den Geist. Ja, die Haare brauchen wir. Ja, das ist nicht geworden. Komm halt für alles, was los. Süß! Komm halt für alle Gründe. Ja, der hat sich aufüsselnd Tryg Incorporat. Ja, das ist noch so Scorpio- bafaberst. Feuer, komm weiter und Rossinn. Tot. Wir kommen noch, jetzt Babylon. Auf Dein Bescheid Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist so schön. Musik Musik Musik